Süchen! Jetzt wird ausgetestet. Ich hab ein Bonbon und wenn der Nächste, der mich anquatscht, dem wird's vorbei, Gott. Saures! Das war eine, bist du. Das ist ja der Knaller. Das ist ja der Knaller. Ich fass es nicht, ist das süß. Ist ja herzig. Ist ja super. Der Hammer. Ist ja der Knaller. Da ist beim Liedstrich was daneben gegangen. Super. Super. So. Wollen wir mal noch anquatschen? Ja. Schick. Hat sie mir das Bonbon eigentlich geklaut? Nee, tatsächlich. Hat sie mir nicht geklaut. Knaller. So, cool. So, ich wollte mal eigentlich gucken, ob die Eule auch sich verkleidet hat. Aber ich denke wohl nicht, ne? Der hat auch die letzten Tage irgendwie nicht sich verkleidet, soweit ich das sehe. Nö. Er ist ja selber so ein Nachtschatten, ne? Ich muss mal ein bisschen wach von dem Zeugs ablegen. Das ist meine... Oh oh. Jetzt bin ich voll gespannt. Niemals. Süß. Wie sehe ich jetzt aus? Grün. Ist ja stramm. Das ist ja stramm. Das finde ich super. Das finde ich echt super. Das finde ich echt super. Du kriegst nichts. Na nö. Herrlich. Das finde ich echt klasse. Das ist cool. Das ist richtig cool. So, jetzt muss ich mir noch ein bisschen hier Zeugs einräumen. Muss hier meine Kohle verdienen. Da, alles klar. Oh, wir sehen uns wieder. Und zwar werde ich tatsächlich das zweite Mal in meinem ganzen AC New Horizons Leben schlummern. Beim ersten Mal habe ich eine Freundin besucht, deren Insel ich sowieso fast schon auswendig kenne. Aber war ganz nett. Weil ich bin eigentlich gar nicht so der Schlummer-Typ. Aber dadurch, dass ich eben ihre Insel kenne, war es schön. Also, es ist halt nicht so mein Ding in diesem Spiel. Aber es handelt sich tatsächlich um ein Halloween Event von meinem Forum. Also in dem Forum, in dem ich Mitglied bin. Und das ist echt. Die machen sich immer so wahnsinnig viel Mühe. Und wenn ich die Erlaubnis eingeholt habe, werde ich es auch als Video eben zur Verfügung stellen. Wie ich dieses Event erlebt habe. Freu mich. Freu mich. Mach. Llebe. Vielen Dank.